Der ultimative Test Teil 8 Den spannenden Asphaltabschnitt habe ich euch mal wieder erspart, wäre aber fast an der Zufahrt vorbeigefahren. Ein sehr schöner grüner Abschnitt mit sehr vielen netten Menschen, denen ich auf dem Weg begegnet bin. Es ist halb 6. Es ist warm. Es ist warm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ende mit lustig, Ende der Spielstraße Und hier wieder nur Kartenansicht, denn ich erspare euch mal wieder die Asphaltansicht Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist ca. 20 vor 6. Es ist ca. 20 vor 6. Das war's für heute. Boring. Boring. Bis zum nächsten Abschnitt gebeamt. Bis zum nächsten Mal. Boring. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Boring. 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 Boring.